So, der nächste Morgen ist angebrochen und damit herzlich willkommen zurück zu Green Hell. Feuer ist leider ausgegangen. Es hat dann doch hier so schräg rüber geregnet, aber macht ja nichts. Wir gucken weiter hier mal nach einer neuen Karte. Ich habe soweit schon unseren guten Jake versorgt. Der hat eigentlich alles, was er braucht. Wir haben auch noch ein bisschen Reserve. Dann würde ich sagen, wir laufen jetzt einfach mal in die Richtung hoch. Ich meine, ich hätte jetzt eben gerade was singen gehört. Da einer sitzt, aber da habe ich mich anscheinend getäuscht. Ins Wasser gehen wir besser nicht. Da oben sind wir runtergekommen. Also ist das eigentlich nicht der richtige Weg. Dann gehen wir mal in die andere Richtung. Ich glaube, die Palmen können wir auch essen. Die geben ein Palmherz, wenn ich es richtig weiß. Wir haben momentan noch gut Nahrung. Wir checken jetzt einfach mal ein bisschen die Umgebung aus. Gucken, was so passiert, was so kommt. Und irgendwas wird kommen. Mit Sicherheit. Das ist gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bletterstille, erforderliche Gegenstände, Wurfhakenpistole. Alles klar, die haben wir da wohl noch nicht. Die müssen wir wohl noch finden. Aber da muss ja irgendwas in der Nähe sein. Gehen wir davon aus, irgendein Camp oder sowas, wo wir halt einfach unsere nächste Kartenteil finden. 34 West, 19 Süd. Können wir da auf die Map gucken. Hoppla. 34 West, 19 Süd. Da sind wir da oben. Da müssen wir einfach mal noch ein bisschen in Richtung Süden gehen, nehme ich mal an, oder? Da sind wir da oben. Das ist klar. Hier singen sie. Boah, das sind drei Stück. Meint ihr, die kriegen wir? Na ja, danach sind wir immer schlauer, ne? Sagt mal. Es ist so schwierig zu zielen mit dem Ding. Dadurch, dass der so schwankt, das ist so schwierig. Jetzt habe ich das Vieh erwischt. Hier, einen haben wir. Hier, einen haben wir. Hier, einen haben wir. Uh. Ja. Gib mir mal meine Pfeile wieder, bitte. Ja, der andere lag hier. Ja, das tut mir echt leid. Du bist halt voll in die Schussbahn gelaufen. Aber ich kann dich jetzt auch nicht ausnehmen, weil... Ich bin eh schon eng an... Kapazität. Okay, also jetzt, wo wir da die gefunden haben, weiß ich halt nicht, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Weiß vor allen Dingen auch nicht. Vielleicht sollten wir mal reingucken, was wir als nächstes suchen. Erkunde den verbrannten Bereich der Karte. Okay, da sind wir gerade dabei. Was sagt die Uhr? 12.51 Uhr. Oh Leute, da hinten ist ein Durchgang. Guck mal, Höhle. Ne, keine Höhle. Doch eine Höhle. Interessant. Okay, hier ist nix. Wir haben mal eine Eisenader. Da könnten wir Eisen mitnehmen, aber so weit sind wir ja noch gar nicht. Wir haben ja noch nicht mal einen Schmelzofen gebaut. Hier scheint so als... ...hätten hier schon mehrere Eisen rausgeholt. Guck mal, jetzt sind wir hier unten in so einem Ding drin. Interessant. Oh, schön. Ah, wir haben wieder Egel. Aber hier ist aber auch schön. 34 West, 22 Süd. 34 West, 22 Süd. Hier in dem Bereich sind wir. Dann sollten wir aber weiter südlich gehen. Vielleicht findet sich da was. Guck mal, hier führt was über den... Da vorne ist was. Da haben wir was, liebe Leute. Gucken wir mal. Ist da jemand? Hier war auf jeden Fall jemand. Was sind das für fette Fische da drin? Deine, oder? Hier. Das ist... Das ist jemand. Da sieht es nur so aus. Das sieht nur so aus. Okay, wir haben was gefunden. Das ist interessant. Okay, gucken wir erstmal, was Mia dazu meint. Ich finde ein Kamp. Es sieht abandone, aber sicherlich jemand ist hier ein langer Zeit. Eine Idee, wer es hätte sein können? Na ja, ich habe irgendwo geschrieben, dass ein Englisch-Gespräch langsamer Englisch lege die ganze Menge der Amazon-River und es hat ihm über zwei Jahre gedauert. Welt voll von Menschen interessiert. Ja, ich weiß. Aber etwas hier nicht mehr. Es sieht, als ob sie einfach nicht verabschieden. Wie, verlassen alle ihre gear? Das einfach nicht Sinn. Alter, guck euch das an. Wir haben eine Anaconda gefangen. Ganz lecker. Hier riecht es bestimmt richtig gut. Gut, hier haben wir wieder Zeug zum Einschmelzen. Wir fangen mal hier vorne an. Lagebuch. Okay, sie wurden auf jeden Fall beobachtet. Warte, Flugzeug, okay. Hoppla. Oh, Orangensaft. Den nehmen wir gern. Ah, völlig überladen. Moment, wir müssen erstmal ein kleines bisschen verpflegen. Wir brauchen Protein, wir brauchen was zu trinken, wir brauchen ein Klasse von allem ein bisschen. Können wir doch mal. So sieht das wieder fantastisch aus. Alles klar, dann können wir weiter suchen. Also. Hier, Nüsse. Tasche. Kockenfleisch und eine Dose. Okay. Lasse ich jetzt erstmal da. Kokosnuss. Passt. Oh, hier ein Feuer. Kann man bestimmt was lernen. Hier eine Dose drin. Nüsse. Und noch eine Dose. Ah, hier, okay. Dosenfutter. Oh, hier können wir speichern. Das ist gut. Was ist hier? Der Angel. Oh, Leute. Guck mal. Da müssen wir mal kurz was rausnehmen. Ich glaube, können wir die Angel schon bauen. Nein, jetzt können wir sie bauen. Sehr cool. Da ist noch ein Tagebuch. Und dann würde sie gehen. So lange früher. Das ist auch immer was. Da ist noch alles raus. Und dann kannst du sie. Also, es geht an den Fotos. Und dann kann du sie. Und dann kannst du sie. Ich möchte sie. Und dann kennen dich. Okay, Leute. Also, hier ein Camp. Wir können hier schlafen. Wir können hier speichern. Es war wohl eine Expedition, die hier langgekommen ist. So viel steht fest. Aber warum die eine Schlange gefangen haben, weiß der Teufel. Wartet mal. Findet mal hier vielleicht noch irgendwo eine andere Karte? Können wir nur ein Feuer machen? Aber hier ist auch nichts, was wir noch lernen könnten, oder? Aber wir sollten noch mal mit Nia sprechen. Wollen wir mal über das Insellager. Also? As for that camp, looks like they're resourceful. They even killed an anaconda and put its carcass on display. I wonder why they'd do that. Uh, to show a sign of strength. The natives have their totems. Well, they have theirs. Should be enough to scare away any outsiders. Ah, got it. Survival of the fittest. Mia, they had a kid with them. I... You don't have to say anything. I guess I just had to share this with you. You know, they might still be somewhere out there. You don't have to comfort me. Okay. I found a roughly drawn map, Mia. And there's a plane drawn on it to the east of the camp. That's got to be a lead. Sounds like a plan. Keep me posted. In Ordnung. Im Osten ein... Ah ja. Angel. Sehr gut. Langer Stop. Was brauchen wir denn da? Fischgräte, Knochen, Nadel. Stockrüstung, Gürteltierrüstung. Okay. So, lass mal weiter gucken. Was wurde hier noch geschrieben? Dank dem Ayahuaca sind einige Erinnerungen zurückgekehrt. Aber ich verstehe sie nicht. Habe ich ein Buch geschrieben? Ja, hast du. Wurde Mia krank? Ja, wurde sie. Sind wir deswegen hier? Keine Ahnung. Warum hat mir Mia nichts gesagt? Ich brauche Antworten. Noch ein verlassenes Lager. Werde ich verrückt? Wo sind alle hin? Sie könnten nicht einfach verschwunden sein. Sollte ich diese Dinge nehmen? Was, wenn sie zurückkommen? Okay. Aber wir haben einen Hinweis, denn wir müssen nach Osten. Und Osten ist von hier aus in diese Richtung. Das heißt, wir brechen bei Tagesanbruch auf. Wir gehen jetzt schlafen. Wir haben genug Nahrung. Da können wir uns dann erstmal das gönnen, was hier rumliegt. Beziehungsweise, wir legen trotzdem mal hier noch ein bisschen was aus. Und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Wie viel Uhr haben wir? Also ein bisschen früh, da müssen wir halt zweimal schlafen. Aber dann geht es auf jeden Fall weiter in Richtung Osten. So, wunderschönen guten Morgen. Dieses Geraschel immer. Macht mich Kiere. So, wir gucken auf unsere Werte. Ja, wir brauchen was zu essen und was zu trinken. So, zwei nehmen wir gleich wieder mit. Ansonsten gönnen wir uns dann noch... Nehmen wir das Kaimanfleisch. Kriegen wir den Dach... Ich glaube, Larven, ne? Kriegen wir Larven raus aus den Bananen. Okay. So, ein bisschen Fett, ein paar Kohlenhydrate. Dann essen wir das noch. Da können wir nämlich noch ein bisschen was einsammeln. Essen wir das noch. Oh, das war gut. Diese Dosen Nahrung. Perfekt. So, dann lasst uns mal die restlichen Brockenfleisch nehmen wir hier noch mit. Bananenblatt brauchen wir jetzt nicht zwingend. Wie viel Platz haben wir noch? Drei und fünf. Ja, pass auf. Dann nehmen wir hier noch eine Kokosnuss mit. Alle das. Oh, Kohle. Das ist gut. Hier war wohl auch ein Lagerfeuer. Kokosnuss leer. Ah, hier ist kein Platz mehr. Aber für die Dose und die Dose und den Schokoriegel ist noch Platz. Dann haben wir nämlich genügend Zeug dabei. Das ist klar. Dann lasst uns mal Richtung Osten gehen. Jo, genau in diese Richtung. Lass mal gucken, was da ist. Oh. Oh, Alter. Den habe ich eben nur knurren hören. Das war kein Jaguar. Oh, glatter Durchschuss. Ein Puma. Na komm, wir nehmen ihn mal aus. Vielleicht kriegen wir irgendwas, was wir gebrauchen können. Okay. Also so spezielle Sachen gab es jetzt nicht, oder? Ne. Gab kein Zahn und kein gar nichts. Aber habe ich den noch gesehen, ey. Glück gehabt. Puma. Junge. Ah, interessant. Und hier kann man wieder klettern. Okay. Wieder eine Höhle. Oder müssen wir hier hoch? Wir gehen erst mal da reingucken. Hier irgendwas? Naja, aber das wäre ein perfekter Unterstand, wenn man irgendwo mal übernachten müsste. So, sollen wir gleich wieder? Komm, wir nehmen es mit. Weil, was wir gerade sehen, man weiß ja nie. Wir sind aber völlig überladen. Brauchen wir irgendwas dringend jetzt? Ne, wir sehen eigentlich gut aus, ne? Ich habe das Gefühl, wir sind Meilen weit von unserem Zuhause weg, ne? Ich weiß nicht, ob es so geschickt war, da zu bauen. Ich weiß ja nicht, wo uns die Story hinführt. Aber, naja. Wir werden es erleben. Ich weiß nicht, ob exceeded Sie alles. Okay. Wie warmth? Ich weiß nicht. Aha, was haben wir hier? Das sieht interessant aus. Glätterausrüstung erforderlich. Okay, und die gibt es hier nicht wahrscheinlich. Dann gucken wir erstmal. Also wir können mit mir gar nicht sprechen, aber wir können gucken, was im Tagebuch steht. Finde einen Weg zur Kenote hinabzusteigen. Kletterausrüstung. Die brauchen wir dann wohl. Dann brauchen wir hier, bevor wir die Kletterausrüstung haben, gar nicht weitermachen. Dann müssen wir uns erstmal... Da geht es auch nicht weiter. Alles klar, also muss es hier irgendwo eine Kletterausrüstung geben. Und die gilt es zu finden. Hier wo? Nee, komm ich nicht. Also Leute, dann wissen wir, was wir in der nächsten Folge zu tun haben. Nämlich die Kletterausrüstung finden. Wird auf jeden Fall wieder spannend. Wird auf jeden Fall wieder spannend. Auszufinden, wo wir die... Oh, die kann ja dann eigentlich... Oh, 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 oh. Da. Auf wie. Wieder so eine Goliath-Vieh, oder? Ja. Oh, da sitzt sie. So. Ruhe. Kann ja nur irgendwo in der Nähe sein. Anders kann ich es mir hier gar nicht erklären. Diese Kletterausrüstung. Die laufen auch überall Wege, ne? Oh. Was haben wir hier, Leute? Sieht aus wie ein Flugplatz. Das ist tatsächlich ein Flugplatz. Ob wir hier die Kletterausrüstung finden? Ob wir hier Hilfe finden? Ja, ja. Ihr dürft euch hier ruhig bewegen. Solarpanels? Das ist okay. Dann fangen wir mal von hier nach vorne. Arbeiten wir uns von hier nach vorne, würde ich sagen, oder? So. Erst mal eine Dose reindrücken. So eine Tasche stand da auch. Puhnfisch. Tee. Oh. Nehmen wir mit. Funkgerät benutzen. Oh. Ordnung. Das wäre in Ordnung. Wenn wir wahrscheinlich rausgehen müssen, ne? Gibt es hier sonst nichts? Doch, hier können wir schlafen. Das ist gut. Und hier können wir auch speichern. Super. Wieder einen Ort gefunden. Instant Kaffee nehmen wir mit. Ein Kaffee am Morgen ist nie verkehrt. Ich vermute mal, das blaue Kabel führt uns dahin, wo wir hin müssen, oder? Die Mäuse sind so cool. Piep, 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 piep. So, hier geht das blaue Kabel rein. Aber hier gibt es keine Tür. Was steht hier noch? Ah, hier war die Bar. Verstehe. Er hat denn hier einen Flughafen hingezimmert? Ah, wir brauchen... Hier ist ein Vorhängeschlüssel dran. Wir brauchen einen Schlüssel. Alright. Den gibt es doch bestimmt hier. Oh, rostige Axt. Oh, oh, oh. Nein, nein, das ist immer da. Da drüben ist noch ein Schuppen. Vielleicht gibt es da Nüsse. Nüsse. Vielleicht gibt es da einen Schlüssel. Bei lauter Nüsse einsammeln eben, ey. Okay, hier ist aber auch kein Schlüsselkasten, nix. Guckt mal, Leute. Da oben drauf liegt der. Wie geht der denn? Da oben. Aber wie komme ich da dran? Also, Leute. Entweder bin ich zu dämlich. Oder das Spiel will mich gerade so ein bisschen veräppeln. Wie dem auch sei, ich versuche an diesen Schlüssel hier oben zu kommen. Weil ich glaube, das kann ja nur der sein. Dass wir da vorne dieses Vorhängeschloss aufhalten können. Und würde sagen, dann geht es an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter. Vielen lieben Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge Green Hell auch wieder mit dabei wärt. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut.